Das Daumengrundgelenk wird bei der Ausübung alltäglicher Tätigkeiten häufig verletzt, was zu Schmerzen oder einer eingeschränkten Beweglichkeit führt. Bleibt die Behandlung erfolglos, können die Schmerzen chronisch werden. Frakturen, Bänderverschleiß, Arthritis und bestimmte Systemerkrankungen wie Rheumatoide Arthritis oder Gicht können zu Schmerzsymptomen im Daumengrundgelenk führen. Das Tragen einer Krisofix-Daumenorthese kann dazu beitragen, die Schmerzen und Beschwerden zu lindern, die den Alltag und manchmal sogar die Nacht unangenehm oder schmerzhaft machen. Legen Sie den Daumen in die vorgeformte Orthese. Passen Sie die Orthese mit leichtem Druck an den Daumen an und schließen Sie die Verschlüsse um den Daumen und am Handgelenk. Dank der speziellen, innovativen Struktur der Krisofix-Daumenorthese mit Aluminiumkern, der den Rahmen der Orthese bildet, bietet sie eine ausreichende Stabilität und gleichzeitig die Möglichkeit einer präzisen und exakten Anpassung. Weitere Details auf krisofix.com